Mein Name ist Sebastian Kratz, ich bin Projektleiter bei dem Unternehmen Epic Insights aus Jena. Wir sind Spezialist für künstliche Intelligenz und Predictive Analytics, also sprich wir beraten Kunden aus dem Bereich E-Commerce und digitales Marketing rund um das Thema künstliche Intelligenz, KI, aber auch eben Predictive Analytics, Data Mining, Big Data Verarbeitung und erstellen Analysen, Prognosen und umfassende Dateninformationen.